Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Hardcore. Das kam ja jetzt ja auch länger nicht mehr wirklich. Also da war ja der Trailer, die erste Folge. Bislang ist seitdem nichts mehr gekommen und das wollte ich jetzt mal wieder ändern. Deswegen kommt das heute. Und ja, gucke ich mal, dass es vielleicht etwas häufiger kommt oder etwas regelmäßiger. Aber schauen wir mal, wie das so wird. So, ich baue erst mal die Restkohle ab. Dann würde ich sagen, gehen wir erst mal wieder raus. So, ich hoffe, ich finde den Weg noch. Weil von der letzten Folge her, das ist ja schon ein bisschen her. Aber zur Not bauen wir uns halt einfach irgendwo raus. So, hier das Eisen können wir mitnehmen. Ich glaube, Kohle brauchen wir jetzt nicht mehr. Ah, wobei, so viel ist das auch noch nicht. So, dann baue ich hier das eben ab. Gibt ja auch Erfahrung. Und wir haben so auch noch Eisen entdeckt. Schön. Haben wir ja noch eine. Natürlich gut vorbereitet, wie immer. So, die Kohle lasse ich jetzt mal Kohle sein. Dann gucken wir mal, ob wir hier noch was Wertvolleres finden. Okay, habe ich was zu essen dabei. Da oben ist die Schwinnerbüte. Können nicht mehr laufen. Das verrottete Fleisch. So, das muss erst mal ausreichen. Dann gucken wir mal. Wir sollten dann relativ schnell mal schauen, dass wir Nahrung bekommen. Wir haben ja auch Felder angelegt. Ja, hier scheint aber echt ganz gut Eisen drin zu sein. So, welche Höhe sind wir? Ja, das ist so ziemlich Eisen-Ebene. Aber weiter runter wollte ich jetzt eigentlich erstmal nicht. Ich gucke jetzt erstmal, dass wir hier wieder rauskommen. So, hier ist auch noch was. Können wir uns, glaube ich, sogar schon eine komplette Eisenrüstung machen, oder? Ich glaube 22 braucht man dafür. Ja, 36. Easy. So, jetzt geht's. Hier ist ja echt geflastert mit Eisen, die Höhle. Aber soll mir recht sein. Ja, bislang, in dem Let's Play, ziemlich viel Glück. Wenn wir so die erste Folge bedenken, wo wir dann direkt den Tempel hatten, mit den Diamanten, mit den anderen nicen Sachen und jetzt hier Eisen ohne Ende. Das ist schon ganz cool. Ich glaube, so einen guten Anfang hatte ich bis jetzt noch nie in Minecraft. Ich höre wieder, ja, da ist es. Oh, wir sammeln gar kein Eisen mehr ein. Haben wir schon einen ganzen Stack voll. Ist ja wunderbar. Und hier liegt noch, was ich mit den Diamanten mache. Ich denke, ich mache mir einen Verzauberungstisch. Ich glaube, das ist am besten. So, dann gucken wir jetzt mal, dass wir uns wieder rausbauen. So, dann gehen wir erstmal ein bisschen höher. Huch. Egal. Ja, was wir auch noch gucken können, ist, dass wir uns ein Haus bauen oder so. Oder wenigstens so eine Art Lager. Wobei wir ja so, ja, die Anfänge schon haben. Oder wir könnten auch den Tempel dazu umbauen. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob ich in der letzten Folge darüber schon irgendwie nachgedacht habe. Wobei ich meine, das mit dem Tempel hätte ich ja vielleicht auch gesagt. Bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Aber schauen wir mal. Wenn wir den noch finden. Das wäre es ja jetzt. Aber ich meine, der war in der Nähe. So. Ja, da vorne ist er. Okay. Sehr wunderbar. Ich glaube, hier sind wir reingegangen. So, die kommen jetzt zu uns. So, dem komme ich zuvor. Ich möchte ungern mit dem im Wasser campen. So, sollte reichen. Genau, da ist unsere Dingens. Äh, unser, ja. Ne, hier sind wir reingegangen. Nicht da hinten. Haben wir. Ja, wir haben ja da noch Kohle drin. Können wir hier eigentlich direkt das Eisen machen. Oh, da hinten ist ein Enderman. Könnten wir theoretisch. Aber wenn ich volle Leben hätte, würde ich den mal angehen. Aber so jetzt lieber nicht. So, da können wir uns ums Feld kümmern. Können wir uns ein bisschen kümmern. So, da ist er. Wir trampeln uns hier das Feld kaputt. Das müssen wir nochmal irgendwie... Irgendwie so Zaun drumherum machen oder so. Naja, gucken wir erstmal. Was wir jetzt als nächstes machen. Gibt auf jeden Fall viel zu tun. Feldhacke habe ich auch noch dabei. Feldhacke habe ich auch noch dabei. Ne, wobei, das ist Verschwendung. Gerade mal geguckt, aber Ersatzschwert haben wir leider noch nicht. So, jetzt machen wir erstmal das Feld. Bin. So, jetzt kommen wir einmal. Und jetzt. So, gut. Ich schaue mal eben, ob ich hier drin schon irgendwas gebaut habe oder so. Ne, habe ich aber nicht. Könnten wir aber eigentlich echt machen. Ich glaube, das mache ich sogar. Brauche ich das hier erstmal zu, fällt mir dann nicht runter. Dann machen wir uns einfach ein schönes Haus im Tempel. So, ich mache mir erstmal ein neues Schwert und eine Spitzhacke. Die Frage, wie viele, ich würde sagen erstmal drei, sollte reichen. Huch. So viel wollte ich eigentlich nicht machen. Egal. Oh ne. Ich hatte ihn gerade gehört. Aber dann war es schon zu spät. So. Das brauchen wir denn so gar nicht. Ich will hier immer noch... Na, den eigentlich nicht. Gut, dann ziehen wir jetzt mal ein. Ach genau, den kann ich... Jetzt schmeiße ich den kurz weg. Hol ich mir gleich wieder. So. Ich will nur da eben die Lücke schließen. Ein paar ungebetene Gäste. Oh, jetzt wird's. Nein. Wenn ihr mein Gesicht jetzt sehen könntet. Das kann doch nicht wahr sein. Ab wann haben wir denn nicht mehr regeneriert? Ach man, ich hatte vorher doch extra was gegessen. Stimmt, aber ich habe nicht mehr darauf geachtet, wie viel Leben wir hatten. Wir hatten jetzt nicht so viel. Ach scheiße, da finden wir so viel von allem. Dann ist es einfach weg. Ach. Ah, das ist mies. Ja gut, also Minecraft Hardcore kommt jetzt wahrscheinlich erstmal nicht regelmäßiger. Nämlich kommt das jetzt erstmal gar nicht. Ich würde sagen, das reicht erstmal. Also mal gucken, vielleicht mache ich irgendwann dann nochmal eine Staffel, eine neue, aber jetzt erstmal. Ach, das kann doch nicht sein. Wir hätten uns einfach, wir hatten noch schon genug Eisen gemacht, mindestens für eine Brustrüstung und eine Hose, glaube ich. Oder? Aber auf jeden Fall genug für eine Brust. Das hätte jetzt echt nicht so enden müssen. Ja, mies. Ich hätte doch einfach weggehen können. Ich hätte mir in Ruhe die Rüstung machen können und dann hier rein. Oder erstmal nur ein bisschen regenerieren. Hätte ja auch schon gereicht. Naja, egal. Jetzt ist es halt so. In der zweiten Folge schon zu enden. Naja. Ein bisschen zu unvorsichtig. Aber das ist ja auch nicht so schlimm, weil relativ bald, hoffentlich, startet eh ein neues Minecraft Projekt. Und dann hätte ich wahrscheinlich eh keine Zeit und ich glaube ich nicht wirklich so Lust gehabt, das jetzt groß weiterzumachen, weil das andere schon ziemlich cool wird. Aber ich möchte jetzt noch nicht zu viel verraten. Aber wer auf dem gemeinsamen Kanal von mir, Daniele, nee von Daniele, Tobi, Hendrik und mir, also von den Ferienzockerns haben wir es ja genannt, wer das letzte Video vom Adventskalender gesehen hat, der weiß ungefähr, was ich meine. Aber naja, egal. Ich würde sagen, wenn euch das trotzdem irgendwie gefallen hat, das Eisen abbauen oder so, dann ja. Könnt ihr auf jeden Fall ein Like da lassen und sonst natürlich abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und sonst würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Video und tschüss. Bis zum nächsten Mal.